Ja moin Leute, mich fragen immer wieder Leute, wie denn ein Video hier entsteht, wie sieht das aus, was ist zu sehen, zum Beispiel sowas hier, ihr seht hier ist jetzt zum Beispiel ein Schatten, also muss dort irgendwo ein Licht stehen und dort steht auch ein Licht, aber was ich alles verwende für meine Videoproduktion, also für die Videoproduktion und mein Video Equipment, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort gibt es eine Amazon Liste und dort könnt ihr euch alles ansehen, was ich so verwende, um meine Videos zu produzieren, aber da ich weiß, dass ihr das natürlich auch mal sehen wollt, habe ich jetzt hier ein sehr zerkratztes iPhone 5 und damit werde ich jetzt mal versuchen, ein ganz kleines Video zu machen, hat nicht ganz so einen Weitwinkel, aber das hier vor mir, das ist das Mikrofon, mit dem nehme ich auch gerade auf, also wenn ich hier dran gehe, dann hört ihr das, Dahinter steht das MacBook Air, mit dem ich jetzt aktuell das Audio aufnehme, ihr seht ja auch, wie viel hier ankommt und daneben so das Skript, dahinter sehen wir dann hier jetzt die Kamera und das Stativ und eine Trinkflasche und ihr seht jetzt auch hier schon einen Slider, zu diesem Slider kommen wir gleich nochmal, das ist nämlich das einzige Gerät, was nicht verlinkt ist in der Amazon Liste, ja, dann haben wir jetzt hier noch ein Ringlicht, mit dem ich mich gerade schön ausleuchte, da hinten steht noch eine weitere Softbox und hier drüben steht noch eine Softbox, die dann hier hinten die Wand schön weiß macht und das ist das, womit das Ganze, ja, wie das Ganze hier aussieht Und wie gesagt, dieser Slider hier, das ist ein Slider von Smart und diesen Smart Slider, den möchte ich euch heute mal ein ganz kleines bisschen genauer vorstellen Also wie gesagt, dieser Slider kommt aus dem Hause Smart und damit sozusagen nicht von Amazon, sondern von Smart und ich habe ihn mir damals auf die Empfehlung vom Felix Barr hingekauft und muss sagen, dass ich im Gegensatz zu ihm, der ein großer Fan von diesem Slider ist, etwas skeptischer auf dieses Gerät gucke und das hat verschiedene Gründe Zuerst mal, das Gerät besteht komplett aus Aluminium, aus schwarz lackiertem Aluminium und wenn man es natürlich zerkratzt, dann ist es irgendwann nicht mehr schwarz, sondern wird wieder Silber Aber das Gerät wirkt erstmal solide und nicht irgendwie aus Plastik billig, sondern es wirkt erstmal vom Ersteindruck ziemlich gut Praktisch sind die beweglichen Füße, die an dem Slider dran sind, damit kann man den einfach zum Beispiel vom Stativ abmachen und auf einen Tisch stellen und dort verwenden und so weiter Leider bestehen die Füßchen, die unten dran sind, nicht aus einem weicheren Material Sie sind zwar nicht aus Aluminium, sondern aus irgendeinem Plastik, aber sie sind nicht griffig und wenn ich sie auf einem Tisch stehen habe, dann rutscht der Slider sehr schnell weg Und das finde ich schade, weil wenn man dort irgendwie ein gummiertes Material verwendet hätte, dann würde das wirklich auf normalen Materialien, also irgendwie Holz, lackierten Holz oder so, nicht einfach wegrutschen Außerdem ist der Slider ein kleines bisschen verzogen, das heißt wenn ich den auf den Tisch stelle, dann kann ich dran wackeln und ich muss ihn erst belasten Zum Beispiel mit der Kamera, wobei jetzt die Kamera, wobei das Objektiv, was ich drauf habe, relativ schwer ist Und nur dann wackelt der Slider nicht mehr und das finde ich jetzt nicht so toll, weil dann muss man immer irgendwie was drunter stellen oder so Und naja, diese Justierung für die Füße, die hat so bestimmte Einrastpositionen und die Positionen sind gegeneinander entweder ein bisschen verschoben Oder der Slider ist ein kleines bisschen verzogen, auf jeden Fall funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle Aber ich persönlich verwende den Slider auf dem Stativ, wie es jetzt hier gerade vor mir steht, wie ich es auch gerade eben gezeigt habe in dem Video Und dafür ist es für mich völlig ausreichend 80 cm ist das ganze Ding lang, also so hier So hier, wie es jetzt vor mir steht, ihr seht, so groß ist der Bildausschnitt gar nicht, den ich hier verwende Und das reicht auch für die meisten Fälle einfach aus, weil man damit viel, viel einfangen kann Und das reicht meistens auch, um ein Produkt herumzugehen oder um eine kleine Szene einzufangen Da reichen 80 cm für aus Man sollte allerdings ein Stativ haben, was das auch aushält, also ein Stativ, was breit genug ist Nicht, dass die Kamera mit dem Stativ dann einfach umfällt, wenn man ganz an den Rändern ist Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier so ein massives Stativ habe, damit mir genau das nicht passiert Das größte Problem, was ich aber damit hatte, war, dass der Slider nicht wirklich flüssig lief Und das konnte mir Felix auch bestätigen, als er jetzt im Dezember bei mir war und auch dann nochmal jetzt im Februar Dass das Ganze nicht wirklich so toll läuft, wie es laufen soll Und wir haben lang gegrübelt, woran es liegt und wir sind dann auf die Lösung gekommen, dass man den Slider an der Seite öffnen kann Und dort aufschrauben kann, den Wagen herausnehmen kann und dass dort unten, dass es an den Kugellagern liegt Dass die nicht ganz flüssig laufen Man kann das alles auswechseln, wenn man möchte, aber wenn man schon 160 Euro bezahlt, so viel kostet nämlich dieses Slider War damals, als ich ihn gekauft habe, sogar noch etwas teurer Dann erwartet man eigentlich schon, dass die Kugellager, die eigentlich der ganze Sinn hinter diesem Slider sind Dass der flüssig läuft, dass die richtig funktionieren und das haben sie einfach nicht Es ist okay, wenn sie Geräusche machen, das ist in der Preisklasse völlig okay Aber es sollte flüssig laufen und das taten diese hier nicht Wir konnten das Problem dann lösen, indem wir die Kugellager gelockert haben Und nicht ganz so fest angezogen haben, wie sie damals kam Allerdings muss man da auch herumjustieren, weil ich hatte sie mal nicht fest genug gezogen Und da haben sie mir dann die Schiene zerkratzt Ich habe jetzt allerdings den Punkt gefunden, wo sie sozusagen fest genug sind, aber nicht mehr kratzen Wo der Slider dann perfekt läuft Und wenn man das einmal gefunden hat, auch wenn das nicht ganz einfach ist Dann läuft der Slider ziemlich gut Und wenn ich den Slider jetzt hier lockere Dann kann ich jetzt sozusagen hier einfach das Ganze runterlaufen lassen Das ist auch nicht so laut Man kann es vielleicht hören, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es in der Kamera hört Ich kann es auf jeden Fall hören, dass hier jetzt Kugellager laufen So hört man es auf jeden Fall Ja, so klingt es dann und ich mache es mal lieber hier wieder fest Also man kann damit arbeiten auf jeden Fall Man muss natürlich lernen damit umzugehen Man kann Kombinationen und so davon machen Was jetzt allerdings ein bisschen schwierig ist zu zeigen Weil ich habe keine zweite Kamera Aber ihr habt die Eindrücke davon Wenn man damit übt Ihr habt die Reviews, alle Reviews, die seit Dezember damit gemacht wurden Was nicht ganz so viele sind Sind auf jeden Fall damit entstanden Oder seit November glaube ich schon Also jede Kamerafahrt, auch ein, zwei Videos auf Felix Kanal sind damit entstanden Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen Weil ich denke, die Demonstration in den Videos sollte eigentlich das sein Ich verlinke euch unten ein paar Videos Wo man die Kamerafahrten mit diesem Slider sehen kann Also ob euch ein Slider in dieser Preisklasse das wert ist Mit vielleicht diesen Quirks und den Problemen Ihr seht ja, bei Felix ist es überhaupt kein Problem Er hat den gleichen Slider, genau das gleiche Modell Und bei ihm läuft es perfekt Bei mir nicht Und deswegen liegt die Entscheidung jetzt bei euch Ob ihr 160 Euro dafür ausgeben wollt Oder ob ihr sagt Nee, dann lieber nicht Sagt mir mal unten in den Kommentaren Ob ihr denkt, dass Kamerafahrten wichtig sind In einem Produkt Review Ob ihr das sehr genießt Ob ihr es wichtig findet Und ich werde mich daran mal ein bisschen orientieren Und auf jeden Fall mir das alles mal durchlesen Und das war's zu dem Slider Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln Ihr findet den Link natürlich dazu unten Auch in der Videobeschreibung, wo ihr den kaufen könnt Natürlich auch den Link zu den ganzen anderen Produktionsutensilien Die ihr jetzt hier gesehen habt Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung verlinkt Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns im nächsten Video wieder Und bis dahin Macht's guti Ciao Outro